Ja, im Fortnite-Metaverse gewesen. Hängst du fest im Metaverse von Fortnite? Wahrscheinlich, ey. Geh mal arbeiten, Alter. Geh mal arbeiten, sagt der Mann. Das ist echt, damit hast du meinen Tag gerettet, Alter. Mit diesem Spruch, Alter, ey. Wirklich. Er traut sich nicht mehr. Okay, er ist durch. Er ist weg. Wir haben ihn platt gemacht, so. Kommt nix mehr von dem. Kommt nix mehr. Platt ist er. Geh mal arbeiten, Alter. Geh mal arbeiten, Alter. Ich weiß gar nicht, was Arbeit ist. Und sagt, geh arbeiten, Alter. Wir haben heute noch kein Live-Ziel. Ich mach mal ein Live-Ziel rein, ja? Mein Live-Ziel sind 500 Rosen. Kriegen wir das hin? 500 Rosen? Wo sind die Rosen hinweg? Wie kann ich die Rosen reinkriegen? Irgendwie raus, gehen raus. Noch hoch raus. Da sind die Rosen. Ne, wir nehmen 420. 420. Dann bin ich zufrieden. Und, ähm, ähm, was passiert? Ähm, äh, ein Live-Ziel, zustimmen, geh ich rein. Ich hab ein Live-Ziel auf dem Kopf, ich bin depressiv, alkoholkrank und infizier. Okay, das, das ist dein Ding, ey. Match-Einladung, einfach gegen Anna, da machen wir mal rein. Kenn ich nicht. Ähm, Marcel hat sehr hohe Probleme, ja? Dann mach das, äh. Dann such dir eine Lösung. Ich hab dir gesagt, wo dein Problem ist, das ist dein Bewusstsein. Und entwickle das erstmal, ja? Bevor du wieder reinkommst. Und was haben wir jetzt? Wir haben Anna im Match, haben wir jetzt hier. Ne, das ist Anna. Ach so, da unten bist du. Ja, jetzt spielen wir eine Hundematch. Aber ich hör dich gar nicht, warte mal. Ich muss das, glaub ich, lauter machen. Ich hab noch nichts gehört bis jetzt. Hallo? Merci fürs Liken. Hallo. Hallo. Danke fürs Liken. Ich hab was sagen sollen. Hast du grad zugehört, was ich gesagt habe? Nein, sagen Sie. Ich habe hier ein junges Kind im Chat, welches noch nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Ah. Und das sieht man daran, wie der in den Chat reinschreibt. Mhm. Offenbarungstexte sind das alles so. Damit zeigt er einfach nur, dass er im Kopf noch nicht weit entwickelt ist. Ah. Also liken, Leute. Liken, das ist ein Match, ist das, ja? Mhm. Wer mal Likes hat, gewinnt, oder wie? Ich sag mir grad, ich soll so werden. Und wo? Wie bitte? Hm? Sind Sie schüchtern? Mhm. Oder schreiben Sie da irgendwas gerade? Ja, die schreiben etwas. Ah, ich sehe nur, was Sie da... Danke fürs Folgen, Leon. Ja, Leon, danke für die Rose. Ja, Leon ist ein Zuschauer von mir, ja. Danke fürs Folgen. Du hörst einen französischen Akzent, ja. Oder französisch? Aber ich glaube, ich habe einen französischen Akzent. Ja. Ist das nicht gut, oder? Mhm. Das hört sich doch schön an, oder nicht? Moin, Lukas Schulz ist auch wieder da. Mhm. Okay, ähm, darf ich Fragen stellen, oder wie läuft das hier? Keine Ahnung, äh, wir spielen, äh... Was spielen die denn? Äh, wir spielen, wer am meisten Likes hat, und wer am meisten, äh... Äh, äh, geschenkt hat. Okay, und wie, 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 wo, wo sehe ich das, wie viel wir haben? Bei mir steht 14 oben, 14, und bei dir steht 6. Ja, das ist, äh, 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 das ist, äh, 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 deine Punkte. Und, äh, ich führe es nicht, äh, echt? Ich dachte, du hast mehr Punkte als ich. Ich habe mehr Punkte, wie kommt das denn? Ich habe erst jetzt angefangen, ich bin noch... Mhm, okay. Ich bin 10 Minuten drin jetzt. Okay, dann sagen wir einfach, Leute, like, like beide Streams, oder... Aber du musst ja auch erstmal ein bisschen was erzählen, wie soll man denn etwas liken, wo man nicht weiß, worum es geht? Mhm. Äh, äh, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wie alt bist du vielleicht? Woher kommst du? Und, äh, was machst du hier auf TikTok? Danke fürs Herz. Mhm. Dankeschön. Merci für dein Herz. Ähm, ich, äh, also du willst mich kennenlernen. Also, ich habe 38 Jahre, ich wohne in Luxemburg. Luxemburg. Luxemburg, ah. Mhm. Okay, ich bin hier in Bremen. Kennst du Bremen? Das ist in Deutschland? Das ist irgendwo in Deutschland, glaube ich. Ja, das ist nur bei Hamburg da. Zwischen Hamburg und Oldenburg oder irgendwo da zwischen. Bremer, äh, Norddeutschland ist das. Hallo. Okay, aber das kennst du nicht, okay. Aber ich kenne Luxemburg. Also, ich kenne das nicht, aber ich weiß, wo es liegt. Und das ist ja auch keine große Stadt so. Ist es schön da, in Luxemburg? Mit, ähm, du? Also, wenn du mich heiraten würdest, dann dürfte ich nach Luxemburg ziehen, ne? Wieso soll ich so etwas machen? Ja, weil, weil, wenn man sich liebt, dann muss man doch zusammenkommen, so. Weil ich hätte Lust aus Deutschland raus, ey. Nach Luxemburg wäre vielleicht nicht schlecht, ey. Das ist ein Steuerparadies. Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung. Bestimmt ist das ein Steuerparadies. Ähm, ja. Ja, du kannst mich ja gerne in dein Paradies einladen, ey. Hm, kann ich ja machen. Wie alt bist du denn? Ich, ich bin 38. Das ist gut, ey. Ich bin 45. Aber ich habe keine Kinder, ich bin noch jung und so. Also, ich fühle mich noch ganz jung, so, sportlich. Ach, gestern habe ich getanzt ins Spiel. Ähm, Anna, check den, ob da, schau. Ah. Okay. Wie würdest du mit Match machen? Anna, nee, bist du, ne, Anna? Hallo, Alpha. Ja, was bin ich? Anna Philippa. Mhm. Ich mache noch mal auf Zustimmen, ne? Ich glaube, du hast mich noch mal eingeladen, ne? Das fängt von vorne an. Von vorne an jetzt. Vielen Dank für die, äh, zwei Rosen liegen. Ich habe da wenigstens kein Foto von dir. Ich bin für die Freunde, eh die Grüße, die ich hatte heute bei uns. Ach so, dein, okay, ja, ich sehe das schon. Also, für mich ist es auch neu. Ich bin erst vier Tage hier. So ein Match habe ich auch noch nie gemacht, das erste Mal. Das heißt, du bist noch nicht sehr lange hier im, ähm, auf dieser App hier. Ja, auf Plattformen. Ich streame seit vier Jahren auf einer anderen Plattform. Twitch, wenn du kündigst. Mhm. Da habe ich auch, äh, ganz viele, äh, Follower und so. Merci, Alpha. Mhm. Aber du siehst...